Einen wunderschönen guten Tag liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von State of Decay 2. Tja Leute, ich hätte es selber gar nicht mehr gedacht, aber es gibt ein DLC für State of Decay 2 und zwar ein Story-DLC, das im Zuge der E3, die aktuell läuft, angekündigt und auch sofort veröffentlicht wurde. Es ist also spielbar und das Ganze heißt Heartland, ist ein Story-DLC, bei dem man zwei verschiedene Teile spielen kann, also sprich zwei Gruppen, die so ein bisschen ihre Geschichte erzählen in der Apokalypse. Das Ganze kostet 10 Euro, das Hauptspiel, was wir bis Anfang Dezember gespielt hatten, ist jetzt nun schon sieben Monate her, das hat damals 35 gekostet, also wirklich ein sehr, sehr guter Preis für ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. So, Heartland. Heartland ist eine spezielle Story-Erfahrung für State of Decay 2. Sie hat nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Deine Freunde können die Überlebenden ihrer Gemeinschaft in den Heartland-Spiel mitnehmen. Ja, das brauchen wir nicht, wir spielen, glaube ich, Solo. Und da sind wir auch schon. Wir haben hier einmal Larisse und Enfie, oder wie die heißt, und Quincy und Helena. Das sind diese beiden, ja, Protagonisten oder Gruppen, die wir spielen können und die eine Geschichte erzählen. Also, ich würde fast sagen, dass wir erstmal mit den beiden Damen anfangen. Wir werden auf jeden Fall beide vorstellen, bei mir hier. Und ja, alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt, was alles neu ist und ich freue mich. Das Spiel hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und Story hat mir damals gefehlt. Vielleicht ersetzt das das ein bisschen. Mal schauen. Echo Actual, this is Echo 1. Do you copy? It's been 17 days since we received your last message. And our situation continues to decline. I need more soldiers, Colonel, or this operation can be done. We will not succeed. Echo Actual, please respond. Can anyone hear me? Is anyone out there? Okay. So, this is Trumbull Valley, huh? I thought it'd be bigger. Your mom loved visiting this place. You killed her to leave it all behind. Aunt Fee, I'm pretty sure it was the vodka that killed mom. I know I was only six at the time, but I was there. Okay. 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 Hand gemacht. I'll find someone who knows my dad, okay? Okay. 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 Hä? Was ist jetzt los? Boah. Ich war gerade verpackt. Hilfe. Na gut. Das hat schon mal geklappt. Da sind weitere Blutzeugen-Zombies. Es sind sehr viele hier unterwegs. Okay, wir suchen also unseren Vater. Unsere Mutter ist wahrscheinlich gestorben. So wie sie eben am Anfang gesagt haben. Und ja, da vorne sind Überlebende. Ja gut. Hallo. Wer bist du dann? Nee. Ich helfe dir natürlich. Okay, ich kann optional das Auto holen. Das mache ich gerade mal. Autos sind immer sicherer. Aber es ist leider nur so eine kleine Kackschäse ohne... Ach du Scheiße. Naja, besser als zu Fuß, würde ich sagen. Wo müssen wir hin? Okay, wir müssen hier die Straße runter. Boah. Alter, diese eine Schrottmühle hier ist echt nicht cool. Die fällt gleich auseinander. Holy moly. Aber beginnt schon mal ganz cool. Und hier ist ein Auto. Moment. Das Ding nehmen wir doch... Aber das hat nur... Nein, das hat nur zwei Sitzer. Mist. Dieser schöne... Das schöne Muscle Car hier. Oh, das tut weh. Ich muss es leider da lassen. Egal. Gucken wir uns später vielleicht, wenn wir Zeit haben. Ich weiß nicht genau, wie das aufgebaut ist. Ob wir uns hier dann auch... ...zwischendurch noch frei bewegen können. Oh, was ist denn hier los? Oh. Hier schauen wir mal an den Zombie. Halt du mal die... Äh, die spawnen. Der ist jetzt gespawnt. Hups, ich fahr davor. Entschuldigung Leute. Jetzt geht's hier ab. Ja, ich überfahre die gerade mal so ein bisschen. So. Okay, wir müssen die ganze Sache übernehmen. Und von den Zombies erobern. Die hier gerade nacheinander spawnen. Ich steige am besten mal aus. Und über... ...nehm das mit der Waffe. Na, komm. Du au. Hex Vieh. Jawohl. Du au. Jawohl. Hinter dir, Malik. Mein Freund. Ich kenn dich nicht, aber... Jawohl. Oh, ich hab meine Tante getroffen. Nein. Nimm mal uff da. Ich darf auf jeden Fall nicht die Blutseuche kriegen. Den hab ich getroffen. Perfekt. Da kommt noch einer. Na, komm raus. Zombie. Hallo. Wir sind doch hier draußen. Trau dich. Dann komm ich halt rein. Warte. Oh, hier ist einer... Ah, nein. Ich hab... Ich hab einen Menschen, glaube ich, gerade getroffen. Kann das sein? Hupsi. Weil da war eben so ein... So ein Leichen, äh... Dings. Symbol. Okay. Scheiße. Aber ich glaube, die wurden einfach überrannt. Hier kann das sein. Naja. Wir haben's, glaube ich, erobert. Holy shit. Ich hab's wieder gemacht. Ist das jetzt unsere Basis? Ja, moin. Sie gehört uns. Ja, tut mir leid, Mann. Ich hab den einen... Ich weiß nicht, ob der schon ein Zombie war oder nicht. Den ich hier vorne getroffen hab. Was hat denn der überhaupt so bei sich? Moment. Oh, der hat ganz coole Sachen bei sich. Und ein Brief. Moment. Den schauen wir uns mal an. Was steht da drin? Ähm. Ja. Unfeuerndeter Brief. Nachricht der Leiche. Ja. Geht's um, äh... Gefühle für eine andere Person. Für uns ist jetzt nicht so wichtig. Verteidigung ansehen. Was ist das? Diese Anlage reparieren. Okay. Reparieren mal. Ja, Leute. Ach, hier vorne. Ist noch ein Leichnam. Auch wieder eine Notiz. Jens Jurassic Tagebuch. Eintrag 114 oder 114. Dieser Twain-Typ hat schon lange nichts mehr übertragen. Ob er noch beim Netzwerk ist? Eigentlich habe ich seit Tagen schon nichts mehr von Leuten außerhalb des Tals gehört. Das sollte mir wohl Sorgen bereiten, aber der Wiederaufbau unserer Mauern ist wichtiger als ein paar dämliche Funksprüche. Okay. Ja, warte. Ich mache mal das Messer weg. Das ist relativ... Warte mal. Ich will da rüber. So. Äh. Unwichtig. Lieber das Toolkit nehmen. Genau. Ja. Wir haben hier viel zu tun. Ich weiß absolut nichts mehr, Leute. Ich hoffe, ich kann mich da wieder einarbeiten in das Ganze. Aber das wird schon klappen, denke ich. Aber hier sieht das echt nicht gut aus, ne? Guck mal, wie schlecht das geschützt ist von der Seite. Unsere Basis. Wirklich miserabel. Hier haben wir noch Bauplätze. Können wir schon was bauen? Eine Hydrokultur, ja. Ne. Eine Lounge. Vier Betten. Ich würde sagen, Betten sind schon mal nicht schlecht, oder? Für später. Hier ist unsere Krankenstation, oder? Denke ich mal. Ne, Kaserne. Ja, okay. Was haben wir denn als Aufgabe? Stelle mit dem Sanitätszelt bei der Jurassic Junction Seuchenheimittel her. Na gut. Das lässt sich einrichten, denke ich. Hier sind noch Seuchenproben. Na gut. Hier ist unser Lager auf jeden Fall. Aber wo ist denn das Zelt? Bin ich jetzt blind? Warte, ich guck mal. Hier ist auf jeden Fall der T-Rex. Das hier ist die Kommandozentrale. Okay. Cool, cool. Das haben wir hier hinten. Farmkomplex. Wow. Okay, das haben wir schon mal. Aber hier sind auch... Oh, hier sind Gräber. Jede Menge Gräber. Ach, hier ist das Zelt. Ich hab's gefunden. Nice, Leute. Wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall... Materialien. Wir haben keine. Oder kann ich die schon... Ah, ne. Das sind Erweiterungen. Kann ich denn hier... Ah, hier vorne. Ohne. So. Hä, warum sind die... Seht ihr das? Oben die Infos, die sind einfach nicht im Bild. Aber wir brauchen... Wir brauchen mehr... Solchenproben. Wir haben ja momentan nur zwei. Ja. Deswegen muss ich noch mal rausgehen. Ich glaub' noch ein paar Umschnitzeln. Hm. Ach, hier sind noch welche. Hab' ich eben noch nicht gesehen. Okay. Dann war's ja schon. Perfekt. Dann wieder rüber zur Station. Und wir... ...stellen die Seichenproben her. Genau. Ja. Und jetzt? Äh, hallo? Was geht jetzt ab? Ich glaub' jetzt können wir erstmal... ...so ein bisschen hier die Stadt aufbauen. Könnte das sein? Ich werde mal hier die Sachen reinpacken. Die wir nicht brauchen. Ähm, das kann ich alles erstmal so lassen. Ja. Den Rest... ...können wir erstmal bei uns behalten. Und ich würde fast sagen... ...wir können erstmal loslegen... ...und die Umgebung so ein bisschen abgrasen nach Ressourcen. Da draußen ist ja noch ein Auto. Hat der ja vorne, der Pick-up. Cool. Hat der vielleicht was hinten im Kofferraum? Ja, verbannt. Nice. Ja gut, wir sind wieder in der Apokalypse, liebe Leute. Ich bin echt froh, dass das... ...ja, dass wir wieder hier sind. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir nochmal... ...etwas bekommen vom Spiel. ...also neuen Content. Aber es ist der Fall. Ich will nochmal gerade hier hochgehen. Und die Gegend erkunden. So. Du bist Matsche. Dankeschön. Und ab nach oben. Da sind wir auch erstmal safe. Okay, ich habe alles... ...ich habe alles markiert. Da hinten ist ein Armee-Checkpoint. Ja. Und haben wir jetzt nur eine Mission? Oh. Ja, ich soll mit Malik sprechen. Na gut. Wir sind hier also die... ...die generelle Mission. Ja, Leute. Die generelle Mission... ...die generelle Ziel von diesem... ...ääh... ...Story-Teil... ...ist es, den Vater zu finden... ...von der Protagonistin, die wir gerade spielen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen... ...und ob wir das auch... Hallo, steig doch ein. Tante Vieh. Komm. Das Auto ist doch ready. Ist sie eigentlich besoffen? Hallo. Ach komm, Alter, dann lauf doch nach Hause. Ist mir doch scheißegal, was du machst. Okay, Malik. Da bist du. Es wäre sicherer, als zu einer von ihnen in person zu sprechen. Ich weiß, einen Mann, der mit... Hey, das ist dein Junge. Ja, der Typ, den du möchtest, ist der Name Brock. Ich habe ihn, den in einem Bar... ...in Spencers Mill. Hör, das ist ein langer Weg. Also, du solltest... ...gear auf und ein Set der Wheels nehmen. Ja, mach ich. Halt an da, Lurice. Du machst das nicht ohne mich. Okay, du kannst mit Schotten fahren. Aber nicht, versuchst mich davon aus. Ich würde es nicht träumen. Okay, unsere Tante Vieh ist ein bisschen buggy, glaube ich. Aber jetzt kommt sie rein. Perfekt. Danke. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Wir sollen... ...wohin? Darüber. Alles klar. Ist schon recht weit. Äh... Ah, hinter uns. Gut, dann fahren wir wieder die Straße hier runter. Da vorne ist es auch schon. Wir sind gleich da. Noch hier um die Ecke und dann... Oh, was? Ach, hier geht's... Ach, du Scheiße. Hier ist voll dieses... ...seuchenherz, oder? Das ist voll in einem Dino drin. Aber volle Kanne. Ih. Müssen wir ordentlich Sprengsätze draufballern, glaube ich. So. Hier ist Brock Lesnar. Der alte Wrestling-Kollege. So. Boah, ein Doppelschatt, Alter. Das war gut. Da kommen noch mehr Blutzeugen-Zombies. Und hier ist alles voll. Es gibt gar keine normalen. Ey. Voll in den Arsch getreten. Süß. So, den haben wir auch. Kommt her. Ihr Schweine. Ich seh dich da oben, Dicke. Fett sagt, er lebt aber noch. Mist. Er hat's überlebt. Schweinepriester. Komm. Hier. Philipp. Hä? Warum ging der daneben? Jetzt. War vielleicht ein bisschen unnötig. Wir gehen am besten einfach mal rein. Wo ist die Tür? Ah, hier vorne. Guten Tag. Hier ist ganz schön dunkel. Wo bist du? Da. Okay, es kommen Zombies. Ich hoffe, von vorne. Na, da kommen sie auch schon. Na, du. Wollen wir denen gerade mal helfen? Nicht, dass der noch stirbt. Der hat ja nämlich Infos für uns, eventuell. Und die Zombies kommen hinten rein. Ja, nein, ich wollte doch... Mist, ich wollte die Tür umrammeln. Aua. Wir konnten ja da durchglitschen. Moment. Weg damit. Scheiße, es kommt noch... Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Warte. Alter Finne. Weg mit dem roten Kram hier. Junge. Es war relativ knapp sogar. Puh. Eigentlich haben wir ein Gewehr dabei. Da können wir mal noch mehr. Ist noch nicht vorbei. Warte. Tante Vieh. Hinter dir. Alles klar. Ich glaube, das waren die letzten. Nein, ich will die Tür nicht zumachen. Von vorne noch. Warte, ich komme. Nein. Kommst du spät? Da sind noch welche. Hm. Da ist noch einer. Da ist sogar noch einer. Da in dem Raum. Wo kommt denn der eigentlich her? So. Weg mit dir. Jawohl. Das war's. Wir haben ihm gut geholfen, würde ich sagen, oder? Er kann sich glücklich schätzen. Nein, ich bin neu in der Stadt. Ich suche nach Mickey Wilkerson. Kennst du ihn? Hm, nee. Ich gucke gerade mal seine Taschen durch hier. Ich nehme mal mit. Ich hoffe, das ist okay. Aber, das sind noch solche Proben. Ich glaube, wir können den Laden hier ruhig auseinandernehmen, oder? Loot technisch. Es ist, glaube ich, nicht sein Zuhause. Ach, hier hinten. Das können wir looten. Habe ich eben nicht gesehen. Aber es leuchtet ja. Oh, jawohl. Ein Packsack. Mit Essen. Das ist verdammt gut. Nice, Leute. Ab ins Auto. Jetzt müssen wir nach, äh... Zum Zuhause der Wilkersons. Hm. Ob da jemand noch ist? Ich weiß ja nicht. Könnte sein. Könnte auch nicht sein. Das Anwesen da oben ist anscheinend das Zuhause der Wilkersons. Sieht verdammt cool aus, ehrlich gesagt. Holy shit. Guckt euch das an. Okay, cooles Haus auf jeden Fall. Hm. Na ja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, ich komme rein. Alles klar. Gut. Wo bist du denn überhaupt? Oben? Äh, hallo? Ah, hier. Da ist Ned. Hm. Er ist mein Vater. Er ist mein Vater. All right? Does that answer your question? Is that a fact? Well, I guess Mickey did used to run around with a lot of girls. That'd be true. I'm not lying. My mom told me all about Mickey and the rest of the Wilkersons. Look. Mom died when I was six. Is it that crazy that I'd want a chance to get to know my dad? Well, I admit most folks would never worked this hard to meet my dirtbag cousin. Ja, schön. Okay, sie will drüber nachdenken. Okay, ich soll mit Brock noch sprechen. Können wir auch noch tun. Alter, der hat eine fette Desert Eagle da. Alter. Geiler Typ. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. So long. Wir bekommen einen Packsack mit... mit Healing. Äh, Tante Vieh, kannst du einen Packsack nehmen? Hier. Ja, heul nicht rum. Das sind wichtige Ressourcen, man. So, dann ab geht's. Wieder nach Hause. Okay. Ja gut, der erste Schritt wäre getan in dieser Sache. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir überleben. In der ganzen Kacke hier. Und dazu brauchen wir Ressourcen. Um uns verteidigen zu können. Und natürlich auch, äh, um Essen zu haben. Und wir haben, wie ich gerade sehe, kaum noch Benzin im Tank. Wir müssten vielleicht irgendwo mal anhalten zwischendurch. Und was mitgehen lassen. Können wir das tun? Ich schaue mal gleich auf der Karte, wenn ich hier die paar Zombies rumgefahren habe. Könnten wir eventuell... Ja, die kleinen Hütten auseinandernehmen. Und da ist noch etwas Größeres, eine kleine Farm. Okay. Wir schauen mal, Leute. Vielleicht finden wir Benzin. Okay, unser Vater ist anscheinend nicht der netteste Mensch. Minus die Zed. Ich kann sehen, warum sie das Ort liebt. Ich bin glücklich, dass ich es mit dir sharele. Okay. Ich sehe nur ein Loot-Ding in der ganzen Scheune. Hier ist noch ein Auto. Ach, cool. Hat das eventuell ein bisschen mehr Sprit? Ich gucke... Ah, hier ist noch ein Tank drin. Ein Kanister, meine ich. Aber wir können auch mal gucken. Der ist auch nicht schlecht, der Wagen. Nehmen wir den einfach mit. Genau. Machen wir das. So, dann wieder zurück zur Base. Ich glaube, das ist angebracht. Yo, Leute. Wir sind zurück in der Base. Auf jeden Fall kurz davor. Und wir haben ein neues, hübsches Auto. Das geht ganz gut ab. Wobei ich den auch nicht schlecht finde, den alten. Autorausschlachtung. Okay. Larissis Autorausschlachtungsfähigkeit schaltet die Fahrzeuglager-Anlagenaufwertung frei. Im Fahrzeuglager kannst du Fahrzeuge aufwerten und fortschrittliche Reparatur-Kits herstellen. Weitere Anlagen und Aufwertungen werden freigeschaltet, wenn du mehr Überlebende rekrutierst. Okay, cool, ja. Ähm, Moment. Viking können wir machen. Wir brauchen ein mittleres Aufwertungskit. Ey, immer auf mich zu beißen. Nein. Scheiß Vieh, Alter. Ja, toll. Ist ja doch noch mein Nahkampfwaffe kaputt gegangen. Och, komm schon. Das ist doch wohl scheiße. Aber wir gucken gleich mal, ob wir in der Werkstatt direkt mal so ein... so ein Aufwertungskit bauen können. Das wäre richtig gut. Ja. Ach, Leute, ich bin so blöd. Ich habe gerade noch in der Norma den einen Packsack vergessen. Ah, ich muss wieder zurück. Hm, ist mir jetzt erst eingefallen. Wo ist unsere Tante? Tante ist wieder verpackt, oder? Oder ist die... Ach, die ist da oben. Tante, ich brauche mal einen Packsack. Gib mal her. Hm? Ja, gib mir mal den. Ja, ist doch egal. Kommt ihr ins Lager? Ne? Und zwar hier hin. Supplies, motherfucker. So, wo ist denn unsere... Äh, wo waren das nochmal zu sehen, Leute? Ach, hier, genau. Haben wir eine Werkstatt. Wir haben da oben ein Farmkomplex. Ein Labor haben wir. Oh, krass. Und da ist die Werkstatt. Oben links. Alles klar. Und hier ist auch schon. Werkstatt verwenden. Wir können... Wir brauchen einen Teil eines Schaltkreises. Okay. Hm. Wir können natürlich auch noch andere Sachen herstellen. Die brauchen wir aber... Erstmal nicht. Jetzt habe ich einen Toolkit aus dem hergestellt. Aber wir brauchen auf jeden Fall Schaltkreise. Die wir momentan nicht haben. Aber gut. Ja. Ich würde fast sagen... Ich fahre nochmal ganz kurz mit der alten Schäse darüber. Und hole die Norma wieder. Habe ich hier genug... Der hat keinen Sprit mehr. Fuck. Ähm. Ich habe noch einen Benzinkanister im Auto. Äh, im Inventar. Ähm. Benzin nehme ich nochmal mit. Zweimal. Und natürlich noch eine Nahkampfwaffe. Deckzerstörer. Hm. Oder hier das Kukuri. Nehmen wir das. Ich bin verletzt. Und dadurch haben wir jetzt die Blutzeuche... Hör auf. Das war knapp. Ja gut. Ähm. Ich hoffe, wir kommen ja noch lebend raus. Die beiden sollte ich vielleicht nahkampftechnisch zerbersten. Sonst kommen noch mehr. Wir haben noch zwei Stunden 17, bevor wir sterben. Das sollten wir denke ich schaffen. Aber wir wissen... Aber wir wissen... Es kann auch sehr schnell in die Hose gehen. Doch das sollte nicht passieren. Das wollen wir nicht, oder? Okay. Hier sind Schmerzmittel. Aber wir brauchen... Ja, ein Heilmittel. Das haben wir aber zu Hause. Das können wir dann benutzen für uns. Und da ist noch die vierte Kiste von diesem Haus. Ich habe gehofft, wir finden hier noch etwas anderes. Wir brauchen Medizin und Essen. Und eigentlich alles. Oh, hier ist ein Packsack mit Materialien. Perfekt. Das geht sogar. Denn Materialien brauchen wir auch. Aber hier vorne ist noch etwas. Das schauen wir uns noch ganz schnell an. Und dann geht es nach Hause, liebe Leute. So, noch ein Packsack. Oh, krass. Sehr gut. Dann nochmal den Packsack reinpacken. In die gute Norma. Nehmen wir den auch noch mit. Okay, ich kümmere gerade mal das Gegenmittel. Und es hat geklappt. Perfekt. Och, nice. Wir sind wieder heal. Oder gehealt. Ich glaube, die anderen sind noch nicht befallen, oder? Von der Blutzeuche. Ich hoffe nicht. Aber gut. Ich habe jetzt die beiden Fahrzeuge zu Hause. Ich habe die ganzen Packsäcke eingelagert. Und ich glaube, das soll es heute gewesen sein. Ein recht cooler Einstieg, fand ich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich, dass wir neuen Content haben in Side of Decay 2. Ist echt ein cooles Spiel. Macht sehr viel Spaß. Aber naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Und bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Vielen Dank.